Wir begrüßen die beiden Mannschaften, unsere Gäste, den FSV Barleyman und unsere Mannschaft, den 1. FC Lok Stendal. Wir begrüßen die beiden. Einmal mit Kommunikation. Komm Spitz, komm, komm, komm! Sei doch egoistisch, Spitz! Er hat alles perfekt gemacht, doch. Ja, kann doch nicht richtig sein. Aber was ist das für ein Atzel? Ja, danke, Mann! Ja, danke, Mann! Ja, Mann, was geht noch? 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 Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann, wie sehen Sie ... Was geht noch? Ich nehme ourine, wo wir lost. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.